Am Anfang jeder Erfindung steht der Wunsch eines Menschen. Der Wunsch, fliegen zu können. Der Wunsch, Krankheiten zu heilen. Aus einem Wunsch entsteht der Wille, etwas zu verändern. Mit künstlicher Intelligenz haben wir Möglichkeiten, wie nie zuvor. Unsere Wünsche können Großes bewirken. Gemeinsam können wir sie verwirklichen. Für uns und eine bessere Welt. Make your wish. Microsoft AI